Ich bin Historiker. Ich habe gute Bücher geschrieben, sehr gute Bücher. Und ich sollte der Chef dieses Instituts sein, weil ich der Beste bin. Ja, aber keiner mag sie. Warum geht's los? Du hast ja verfassungsfeindliche Symbole auf deiner Herren Titte. Ja, an deiner Stelle würde ich mich mal ganz schnell verpisten. Hört sich als Jungfernhistoriker. Du, ich verliere Haare. Schatz! Nein, ich verliere Haare. Ich verliere viele Haare. Viele Männer in deinem Alter verlieren Haare. Du hast schwere psychische Probleme und ich werde nicht dulden, dass die Heerlänge nach dem betrieblichen Ablauf stellen. Kaugummi? Findest du das lustig, mir einen Kaugummi anzubieten, du Arschloch? Sie haben Ihnen das angetan? Ja. Sie haben meine Freunde die Zähne weggemacht? Nein, ein Zahn. Es war nur ein Zahn. Es war nur ein Zahn! Was machst du denn da? Kann ich hier sitzen und das essen, während wir vor einem Auschwitz-Foto sitzen und über den Auschwitz-Kongress reden? Nie haben Sie über das Vergangene gesprochen. Sprechen Sie mit uns. Was soll ich denn mit Ihnen sprechen? Sie haben ja keinerlei Humor. Toto, wer ist sie denn? Wir haben uns nur ein paar Fotos angeguckt. Ihr habt ja eine Vergangenheit. Ja, naja, also pränatale, ja. Wie Europa? Meine Augen nicht. Reggant zu dem, da grinst du das Scheiße hinterher! Du wirst so schnell negativ. Ich bin Holocaust-Forscher, ja. Ich verdiene mein Geld damit, negativ zu sein. Das gibt mir das Gottverdammte Recht dazu, positiv zu sein. Ich? Ja, meine Familie hat einen nationalsozialistischen Hintergrund. Ich bin extrem gestört. Man merkt es vielleicht nicht so. Nicht unterbrechen. Kann diese Traumata-Scheiße nicht einfach mal aufhören? Ich liebe deine Geschichte, weil es meine Geschichte ist. Hört schon durch. Also zwei Optionen. Ihr haltet euch an meine Regeln oder ihr haltet euch an meine Regeln. Kapiert? Danke. Ich kann es auch anders anlegen. Nein, nein, schon in Ordnung. Danke vielmals. Danke. Danke.